...22. ...Majorita absolvue sur 2. ...Stimmen hat mir einen Haken. ...Stimmen hat mir einen Haken. ...Stimmen hat mir einen Haken. ...Humat Melin 90. ...Rottenu des Voits, Gipardouména 90. ...Thomas Eschi 61. ...Thomas Eschi 61. ...Norman Gobi 50. ...Norman Gobi 50. ...Thomas Hurter 22. ...Thomas Hurter 22. ...Iola Amherd 16. ...Velan Amherd 16. ...Verschiedene 4. ...Verschiedene 4. ...Dat keiner Person das absolute Mehr erreicht hat, findet ein zweiter Wahlgang statt. ...Liepardouména 90. ...Stimmen ja, ziemlich schon verteilt auf die drei offiziellen SVP-Kandidaten. ...Liepardouména liegt vorne mit 90 Stimmen. ...An zweiter Stelle Thomas Eschi mit 61. ...Und an dritter Stelle Norman Gobi mit immer noch recht guten 50 Stimmen. ...So, hören wir mal. ...Bloch 5. Zweiter Wahlgang. 138 Stimmen, im dritten Wahlgang schafft er den Platz, 50 Weinbauer, uns nimmt er noch Wunder, wie er sonst noch Stimmen gemacht hätte, wenn sonst noch Stimmen entfallen sind. Er hat sich durchgesetzt, der Mann, der Weinbauer, 56 Jahre, aus Kurse, im Kampen. ...de Assemblée Fédérale, Mesdames et Messieurs, les membres de l'Assemblée Fédérale, chers et chers collègues, je vous remercie vivement pour la marque de confiance. Ich danke Ihnen für das Verzeichen der Vertraue, die Sie mir ausgesprochen haben.